Ja, wenn ich muss es nicht... Kalt kaputt saugen. Was? Toll! Wo kannst du das? Die Filme vernetzen! Guck mal! Das ist egal! Jetzt geht es los! Hier in Bayer 04 Stadion! Bayer verliert gegen Köln! Yippie, es geht los! Jessica, bist du schon nass? Schade! Also, ich bin jetzt eine Queen, Jessica! Guck mal! Die sind so ein bisschen verkrampft, die Jessica! Ach, guck mal! Ich will das gewinnen nur allen! Ey, Jessie! Sag mir doch, dass es... Sag mir doch, dass es runter geht! Ich muss mich nicht nach vorne legen können! Ich muss mich nicht nach vorne legen können! Und dann können wir sagen, dass es runter geht, ja? Jetzt wird's nass! Jetzt wird's nass! Pack mal lieber das Teil damit! Ah! Juhu! Oh, da hat jemand! Mama! Ich bin kochen verblieben! Ich auch! Oh, hallo Colorado! Ey, wo bleiben die? Jetzt sind wir mal hier! Was? Ey, das ist noch ein Film! Ey, Papa! Guck dir mal an! Hier hat noch das Gesicht ganz... Hier hat das Gesicht ganz klar! Die ihre Schminke verschmitzt! Das muss ihre Schminke richten! Und dann meine Haare! Yippie! Guck mal, wie dreckig das Wasser! Wow! Guck mal, wie dreckig das Wasser! Wow! Kann man da auch zu filmen! Sag mal, Oto! Ey, was ist das? Oh! Oh, der Biber muss Faka machen! Wow! Oh, der Biber muss sagen. Wow! Oh, der Biber muss sein! Oh, ich weiß! Woo-ah! Woo-ah! Oh, ich weiß, das ist immer, die Hände. Ich bin aber auch nass geworden. Ich bin nicht. Guck mal, ich bin trafing. Ey, ist das unnass für ein Auto?